Nicht strengen. Ganz langsam. Die Polly mach's nochmal, bitte. Ich möchte es gern sehen. Bitte mach's nochmal. Von hier nach hier. Ja, der Christian zeigt's dir. Ja. Entschuldigung. Von der rechten Hand über die linke. Dann der Recht geht hinten hinein. Nimmt den Basen mit. Die Schlaufe. Und dann ist es ganz einfach so. Drüberwerfen muss ich jetzt. Ja. Ich gratuliere. Ich gratuliere.